auf geht verstehe jetzt nicht das ist komisch aber egal wir gehen wetter es geht ja nur um schaffen so kann ich jetzt endlich upgraden fehlen noch zehn ok nächste runde können wir das ist auch ungut hier also die kommen hier brauchen schuss tower wir nehmen nochmal flächendamage ja ich musste mal kaputt machen hier diese dinge da dann kriegen wir geld und platz vor allem und das geht es mal her macht es hier bloß platz hier na endlich so jetzt haben wir hier in slow rein so was können wir jetzt noch machen hier nur flächendamage auf den da und auf das da auch das ist doppelt gut hier ist sehr schön so sagen dass dir was jetzt versuch den flächendamage dauer hier jetzt frei zu schalten es müsste gehen aber sind wir noch nicht level 10 ach so insgesamt level 10 ok 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 kein problem wie man den hier hin oder soll das da platt machen holen wir nur bisschen extra muss hier bisschen besser So, hier noch ein Slower. Das da hinten ist gleich platt. Jawohl, das ist voll noch. Da hinten noch Kohle. Das ist doch nice. Den Moos ist immer gut. So, nächste Brief, die darf auch schon. Könntest du inzwischen die Liste abschießen? Ey, diese Schilder sind schon ein bisschen Liste. So, jetzt haben wir 150. Jetzt geht das aber. Jo, nichts Level 10. Ich brauch das einfach nur 150. So, jetzt können wir den abgraben. Das kostet uns was? 150. Okay, das ist ein bisschen viel Money, aber das brauchen wir jetzt. So, jetzt haut er noch mehr rein. Den da hinten müssen wir jetzt anders aufhalten. Wow. Sind ja dicke hier. Aber die werden wir auch schon kriegen. Ist kein Problem. Das, der würde ich gerne kriegen. So, die Speckes werden gleich weg sein. Ich nehme inzwischen nochmal das extra Moos hier. So schneller kann ich den dann upgraden hier. So, jetzt macht er noch mehr Damage hier. Jawoll. So geht das, Leute. So geht das. So, die Temperatur geht rauf. Ich glaube, ich habe irgendwas durchgelassen. Äh, ich schaue jetzt nochmal rein. Ja, irgendwie ist feuer die Temperatur nach oben. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Ich kann es nicht sagen. Ähm. Machen wir hier noch so einen. Und dann würde ich auch upgraden. So, der Damage ist da. Es ist genug Damage da. Ich sollte ganz gut hinhauen. Die Flächendamage-Dauer nehmen wir noch. Ich weiß nicht, was das Tower Limit hier ist. Also wie viel, meine ich. So, die nächsten können auch schon raus. Das stört mich nicht. Die sind wieder so flitziger hier. Oh, die kriegen schon wirklich auf die Nudel. Diese Sammlerei, die nervt auch ein bisschen. Das könnte ruhig automatisch gehen. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. So. Flächendamage-Dauer, den geben wir. Wo kann ich denn hingehen? Dann gehen wir hier hin. Und auch gleich abquellen dann. Hat ein bisschen mehr Range, wenn man upgradet. Das haut hin. Wave 9 von 10 einmal. Der Scheiß habe ich jetzt zum Beispiel nicht gekriegt, weil ich es nicht genommen habe. Diese Sammlerei, das ist ein bisschen nervtötend. Das muss ich sagen. Das ist lästig. Das ist einfach nur lästig. So, jetzt möchte ich hier in den Tower rennen. Dann können wir hier nur ein bisschen Geld farmen. Lass mal die hier abknallen. So, dann den Boss, den kriegen wir auch so. Da brauche ich jetzt nichts mehr verwenden. Das hier abknallen. Weg ist der Scheißer. Ja, Mann. So geht's, Leute. Der ballert nur gemütlich weiter hier. Ich biete mir drei Sterne aus. Bitte, danke. Ja. Da könnte man eigentlich das vorherige mit dem Aktivieren da, könnte man eigentlich auch auf drei Sterne probieren, weil ich bin mir sicher, das schafft man. Das ist so eine richtig ungute Mission, die ich nicht leiden kann, aber ich würde sehr gerne hier drei Sterne haben. So, jetzt werden wir das da absichern, da hinten. Mal den ganzen Scheiß hier einsammeln, hier. So, dann kriegen wir Kohle ohne Ende. Das ist ein bisschen ein blödes Geklick, ja, aber naja. Ja, mal bleibst du da. Will dir abhauen immer, Leute. So. 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 Wir holen uns hier nur ein bisschen die Extrakohle. Die Temperatur geht nicht drauf, also sollte das so halbwegs hinhauen, was wir hier machen. Jetzt komme ich schon ein bisschen besser, klar, aber ich hasse den Level trotzdem, er ist ziemlich arschig. Ich kann den überhaupt nicht. Der ist einfach nur nervig. So, dann balle ich mal jetzt eine ordentliche Portion da in die Fresse. Haut hin. Boom geht's, Junge, boom. Einfach nur boom. Zack, 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 zack. Weg ist ja scheiße. Ein bisschen ein blödes Geklick, aber okay. So, dann kriegen wir noch was nach hier. So. Ich werde noch ein paar Minen hier legen. Kann man ja immer brauchen. So. Haben wir ein bisschen was gekriegt. Jetzt kann ich das Geld nicht nehmen, weil sonst verschießen meine Laser. Das ist richtig arschig. Seht ihr, was ich meine? Das ist richtig ungut. So. Hält ordentlich aus, der Pfurzer hier. Lass schon mal das nächste rein. So. Da schieße ich jetzt einen Laser runter, wenn ich das nehme. Das haben sie wirklich blöde gemacht. So. Die sind ziemlich gefährlich, weil die verteilen sie hier. So. Nächste Wave lassen wir auch gleich. So langsam haut das gut hin hier. Halten aus, halten aus. Halten aus, halten aus. Das ist die letzte Wave hier. Die halten wirklich dreckig aus hier. Lassen wir in die Minen rein. Das stört mir nicht. Ich kann ja neue Minen legen, das ist okay. So. Kommt noch was oder haben wir drei Sterne? Jetzt sieht es nach drei Sterne aus. Boah. Aber lästiger. Und dämliches Klicken auf Deutsch gesagt. Das ist richtig ungut. Aber drei Sterne haben wir geschafft. Wir haben unsere Resultate erhöht. Das ist klar, weil wir vorher nur eine Sterne hatten. Ich habe aber gar nicht mitgekriegt, wie die durchsehen vorher. Also entweder, ich weiß nicht, dann habe ich das übersehen irgendwie. Aber es ist echt ein dämliches Klicken. Wir gehen in die Wolf 8. Äh, in die Wolf 8. In den Level 8. Schauen wir mal, was hier ist. So, es gibt wieder zwei Wege hier. Das ist ungut. Und es gibt auch zwei Ziele. Das heißt, in der Mitte sollte man die irgendwie hier so ein bisschen treffen. Mal schauen. Ich würde vorschlagen. Flächendamage in der Mitte. Und den hier. Mal, wir brauchen Geld. Den hier auf jeden Fall ausbauen, so schnell es geht. Genau. So, da holen wir uns ein bisschen Geld. Äh, ne, nicht verkaufen, du Depp. Du sollst da draufhauen. Wah, das ist blöd zum Klicken, ne? Dann verkaufen wir das aus Versehen noch. Äh, ne? Äh, ne? Auch hier hinten nur ein bisschen Damage. So. Hm, wieso schießt du auf den Net? Erklärst du mir das? Richtig ungut. Der Zauer hier. Schießt nur ein paar Mal auf ihn, glaube ich. Und dann mag er nicht mehr. So, das haben wir auch hier. Mache ich jetzt nochmal Flächendamage hier. Doppelflächendamage. Dann werden wir den ersten nochmal hier auch upgraden hier. Vielleicht können wir auch einen Slow vorne hin. Das wäre jetzt auch nicht so das schlechteste der Welt, würde ich jetzt mal sagen. So, der ist upgradet. Du schießt auf den da. So. Oh, haut doch so weit hin. Jetzt nehmen wir sie die Kohle hier. Dann schießt du auf den da. Du schießt auf den da. Kriegen wir Moos. Du schießt auf den. Du schießt auf den. Du schießt auf den. Ja, Hammer. Moos. Dann werden wir die abwäden. So, jetzt schaue ich dann, ob ich hier nur einen Slow runterkriege. Nehmen wir noch ein bisschen extra Geld. Der Slow ist das da. Ja. Dann haben wir hier vorne einen Slow. Ja. Macht Laune das Game. Wir haben 15 Waves, sehe ich gerade. Ja, nicht so wenig. So, wie gerade, äh, nicht so wenig. What? Soll ich jetzt einen Tower setzen, oder was willst du mir sagen damit? Sache, egal. Wir slowen hier jetzt. Damage ist da. Wenn wir hier nur Massendamage vielleicht bauen. Und den natürlich upgraden. Also sobald es geht. Ja, der Slow ist nicht schlecht. Den sollten wir mal upgraden mit dem nächsten. Oder den auf Stufe 3. Beziehungsweise den auf Stufe 3 hier. Das wäre vielleicht auch nicht das Schlechte. Ja, brauchen könnte man alles. Aber der Slow ist vielleicht wichtiger, weil dann slow da noch mehr. Das ist mit Sicherheit nichts Schlechtes. So, holen wir uns das Extramoos. Die können ruhig schon kommen, die Nächsten. Das stört mich nicht. Sind wieder so grausige Schnelle. Aber wir haben ja den Damage hier. So, das kriegen wir auch da. Passt. Nächste Wave. Flockerzackig, flockig. So, du bist abgegradet. So. Und der kriegt jetzt hoffentlich bald auf den Latz. Das ist sehr langsam, aber auch sehr stark. Wir haben ja noch mehr von diesen hässlichen Parasiten hier. Oh, das geht, das geht. Der hintere hält mehr aus wie der Vorderwärter ist weg. Da kommt noch so ein hässliches Teil. Wo geht denn der hin? Der kommt da wieder runter. Schaunel. Oh, der geht da oben. Okay. Dann kriegst du eine Mine. Nicht nur, der da durchkommt. Wow, der hält aus, Leute. Fällt mir gar nicht hier. Ungut, ungut, ungut. So, dann nehmen wir hier den. Kann ich den nicht upgraden? Sicher kann ich, sag ich doch. So, let's go. Schnappt euch diese Pissbacke hier. Oh, die vermehren sie. Aber okay, Flächendamage vor der Wind, sag ich nur. Das haut schon. So, dann nehmen wir da unten noch so ein Scheißer. Gehen wir hier hin. So, das läuft einfach auch schon. Gefällt mir gar nicht, dass die so weit hier kommen, aber was soll man machen, ne? Nicht gut. Hey, 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 hey. Wow, guckt euch diesen Schweinehirten an. Ey, wir legen da jetzt ein paar Minen, Leute. Da geht's ja noch weiter zurück. Wow, das habe ich gar nicht gesehen, ey. Ich bin ein Dödel. Kann man auch die Maps zoomen. Okay, dann könnte man hier nur ein bisschen Flächendamage hin, praktisch. So, ich brauche Geld. Zack, 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 zack. Und wir schauen nochmal hier nach hinten. So, machen wir noch zwei Minen. Da ist alles für Minen jetzt. Und hier machen wir nur ein Flächendamage hin. Beziehungsweise wir nehmen den Normalen, den Normal Tower, der macht schon. Hey, 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 das dürfen wir nicht vergessen hier. Ja, diese Klickereisen ein bisschen nervtöten. Wenn du das übersiehst, dann kriegst du keine Kohle. Beziehungsweise diese V-Vitamine. Das ist ein, glaube ich. So, nehmen wir die drei extra noch mit. Da muss kein Schaden. Ich überlege hier gerade die Flächendamage, oder wie es wäre... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018